Jo liebe Leute und willkommen zu diesem neuen Video. Hier neben mir seht ihr jemanden, der schon länger nicht in meinen Videos dabei war, nämlich... Spygram. Der war auch schon bei dem Video dabei, ist schon ziemlich alt, darum nicht wundern, ich weiß gar nicht, ob ich das offline genommen. Wenn nicht, ist es jetzt hier irgendwo in der Infokarte. Ja, könnt ihr euch angucken, da haben wir so eine Melone mit so Gummis voll gemacht, was durchbeziehungsvoll gemacht ist. Und jedenfalls gibt es heute was sehr interessantes, nämlich haben wir hier einige Süßigkeiten und sowas als Markenprodukte und eben, ich sag jetzt mal Fake-Produkte. Abklatschen. Ja, und wir werden gleich die Augen verbunden bekommen und dann müssen wir es eben probieren und sagen, was das Markenprodukt, sagen wir mal, ist und was eben nicht. Und wir wünschen euch viel Spaß dabei und bis dann gleich. Ciao. Hallo. Jetzt gibt es Stapelchips und Pringles. Sind deine Augen auch zu? Ja, 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 ja. Ah, Junge. Das haben wir ausgedrückt. Ausgedrückt. So, jetzt bekommen wir... Was ist das nicht los? Haben wir jetzt beide den gleichen in der Hand oder verschiedene? Okay, wir dürfen nicht zu sehr die Form fühlen, weil ich glaube, die sind jetzt ein bisschen unterschiedlicher. Ja, ja, ja. Ich sag, das sind die Pringles. Und dann, und noch musst du erst das andere nehmen. Ach ja. Das ist ein Dongo-Fan. Tschüss. Das ist der andere? Das erste waren... Ja, das erste waren Pringles. Definitiv Pringles. Wollen wir beide richtig? Ja. Ah, das ist cool. Was kommt als nächstes? Oreos. Oreos, so. Okay. Gut auf Essen. Achso. Ziemlich sicher sind das die Nicht-Oreos. Jetzt hätt ich gesagt, das sind die Oreos. Ich auch ganz weindeutig. Ich habe die Zweiten noch nicht probiert, aber ich spüre es jetzt schon. Die Zweiten sind die Echten. Also sagen beide, die Zweiten sind die Echten? Ja. Falsch. Wirklich? Ja. Die sind lecker. Das sind die Fake. Kacke, ich schmecke kein Nusser-Cheese. Die Zweiten sind die Originalen. Dann zeig einfach mal, die Ersten sind die Originalen, damit ein bisschen Unterschied ist. Wer hat recht? Die Zweiten waren die Originalen. Ja, ja. Eben. Ach du Scheiße. Was kommt als nächstes? Mars. Mars? Ich sage, das ist Fake. Ich esse fast kein Mars, aber ich habe vorhin ein Mars gegessen und der hat anders gemerkt, glaube ich. Äh, der ist ja angewischen oder abgerissen? Nein, die abgerissen sind beide. Ach so. Ach so. Ja, ziemlich sicher. Die Zweiten sind die Originalen. Okay, willst du ja meinen anderen auch noch? Ich bin gar nicht so der Mars-Fan. Hier. Also sagt ihr beide... Nein, nein. Sagt ihr beide... Nein, aber eh. Hallo. Sagt ihr beide, die Zweiten sind die Originalen? Ja, ja. Okay. Die ersten waren die Originalen. Nein! Hä? Hä? Niemals. Tinkt's geil, wenn die jetzt geil. Fuck, ist das schwer. Ich bin auch nicht so Elefanta-Fan, ne? Das ist das nächste. Ich schmeck' keinen Unterschied. Schulz. Gott. Ja. Ich sag' das erste war die echte. Was sagst du? Erstes oder zweites? Das erste war echt. Sag' ich glaub' ich auch, ja. Ihr habt beide recht. Das ist die... Gläser auswaschen. Boah, ist aber hell. Ich glaub' ich und Nutella kommt noch, Leute. Glaub' kurz, wenn ihr das Video bisher unterhaltsam fandet, gerne einen Daumen nach oben geben. Abonnieren könnt ihr mich natürlich auch gerne. Und folgt mir gerne auf Instagram. Hier ist der Name eingeblendet. Skymini-yt. Und falls ihr mich schon abonniert habt, Glocke aktivieren, nicht vergessen. Augenbinde wieder drauf. Die ist jetzt voll geratzt von mir. Lecker. Du krieg's vom Skymini. Oh, das war schwer. Ich hab' keine Ahnung. Schmeckt ein bisschen nach Haselnus. Eins, zwei, drei... Das war Müllermilch. Ja, Müllermilch. Ich sag' das zweite war Müllermilch. Ja, ich auch. Beide falsch. Echt? Oder nein? Beide richtig. Ich dachte... Der Teller. Der Grand Finoll. Das Lustige ist, wir haben jetzt hier einen Riesenhaufen angebrochene Süßigkeit. Ihr kriegt beide einen Löffel und da ist dann... ... ein Teller und da verhängt drauf. Läuft das jetzt runter? Warte, ist hier. Das ist egal. Ist hier die Fläche oder hier? Ihr müsst euch mal sehen. Ich glaub, das ist keine Nutella. Ich bin mir nicht sicher. Das ist das zweite. Das ist gut. Scheiße. Oh ja, ey. Nicht weit, du isst Nutella, oder? Ich sag' das erste Nutella. Okay, auf drei sagen's nur mal beide. Okay. Wir sagen, was das erste ist. Eins, zwei, drei. Das erste ist Nutella. Eben hast du gesagt, das andere ist. Ja, ich weiß, ob ich mich auf mich um entschieden habe. Also, nein. Was ist das erste? Keine Ahnung. Hat irgendwer gewonnen? Wer mit Gewinner und Verlierer? Warte, als Kneipe. Ja. 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 Ich hab' immer vergessen, eine Abmoderation zu drehen. Nie die Abmoderation. Das war's für den Video. Ich hab' euch das ganze heute gefallen und unterhalten und so. Und wenn du so, jetzt könnt ihr mich hier auf jeden Fall gerne abonnieren. Und ja, hier geht's noch zu einem anderen Video. Zu dem, wo meine Cousine nicht geschminkt hat. Das war lustig. Und ja, ansonsten, schönen Tag euch noch. Ciao.